Guten Abend, mein Freund. Kann ich euch helfen, Herr? Uma schickt mich. Wir beide müssen uns unterhalten. Ah, ihr seid einer von ihnen, nicht wahr? Was meinst du damit? Ach, egal. Ihr sucht also das Heiligtum? Richtig. Es ist unter dem Blue Lady Shop im Osten dieses Viertels. Heute Nacht wimmelt es hier von Wachen. Es wird nicht einfach sein, hinzukommen. Die Dächer, Dunkle Gassen und die Kanäle sind die Freunde all derer, die unentdeckt bleiben wollen. Allerdings sind ihre Bewohner nicht unbedingt eure Freunde. Zuerst müsst ihr an dem Wachposten unten am Tor vorbei. Das Kennwort ist Mitternacht. Dann lässt er euch durch. Meinen Dank. So ist es. Meinen Dank. Und ich glaube irgendwo. Nee, hier nicht. So. So. Okay. Okay. So. So, fangen wir unser Kennwort, und dann kehren wir hin. So, endlich ist das. Kennwort? Mitternacht. Moment. Dafür, dass das nicht reingelassen ist. Hilf mir denn keiner, bitte! Natürlich tue ich dir helfen. Hilf mir! Ja, Mann! Oh, Mann! Die ganzen Qualen. Müsst ihr nicht erleiden. Ah, da ist noch jemand, der Erlösung braucht. Sie warten auf ihren Betten. Ah, hier ist, hier ist nebenan. Bum, 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 bum. Oh, ja, jetzt kommt ihr in den anderen Level. Und der ist nicht so lustig. Und der ist nicht so lustig. So. Okay, okay. Ihr merkt schon hier, es geht dann weiter mit dem Springen. Okay, okay. Ich mach's spannend. Oh, Baby! Ja, ihr merkt schon, keine Gegner. Jede Macht steigert, geht Schlümmertunk. Und gleich... ...müssten wir einen interessanten... Nein, das kommt bis später. Du... Hast du was gehört? Nein, ich habe nichts gehört. Nein, ich wollte dir ein neues Geburtstag geschenken bringen, mein Freund. Dein Todesgeschenk. So, feinem Knopf. Das ist ein neues Geburtstag. Ja, das ist ein neues Geburtstag. Ich suche mir aus. Ijajaja, dieses... Schreie! Das wird ja... disappearing. Ich bin gar nicht. Ist hier jemand? Ja, guck guck! Dein Spielchen! Ja, dein Spielchen! Ich saug dir nur das Blut aus. Jetzt geht's halt eben weiter. Ja, also die Steuerung ist ein bisschen grifflich. Wie euch bestimmt aufgefallen ist. Ja. Ah, ich glaub das geht hier entlang. So, jetzt nach rechts. Und jetzt nochmal hier. Schön leise gleiten. Er sagt, dass wir die Kisten auf die andere Seite stellen sollen. Was? Aber wir haben... Ich weiß, ich weiß. Er sagt, wir müssen Platz für neue Kisten schaffen. Abgieriger Bastard, hier ist doch schon alles voll. Dieses Funkeln in seinen Augen. Ah, die müssen wir nicht töten, weil... ...wir nach oben gehen müssen zum Schalter. Ich muss dir wohl die Lektion erteilen! Du, mir? Ich, er, wohl. Hier meine. Die werden gleich Hunde fallen. Und das sieht ganz lustig aus. Und deswegen zeig ich's euch. Bevor ich die aussauge. Das hat gesessen. Und jetzt gibt's wieder Blut umsonst. Jupp. So sieht's aus. Das klingt also richtig gruselig. Vielleicht hört ihr euch zu... ...und merkt... ...jemand ruft nach Kane. Kane. Merkt ihr's? Kane. Kane, Kane, Kane. Und das Spiel wird immer ein bisschen schwieriger. Oder auch nicht. Schauen wir mal, kann man hier irgendwie... Ja, das hätt ich... ...schon denken können, aber... Hm. Genau. Was ist das? Was ist das? Oh, ein Fischer. So. So. Hm. Lecker, das Schmecker. Ah. So. Richtig. Durch. Irgendwie müssen wir das aktivieren. Okay. So. 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 Irgendwie müssen wir jetzt hier rein. Also irgendwie müssen wir es schaffen, nach oben zu kommen. Okay. Genau. Ich muss dir wohl die Lektion erteilen. Ihr könnt euch schon denken. Was hast du hier zu suchen? Ich muss dir wohl die Lektion erteilen. Ja, ja, ja. Wie war das nun mal? Irgendwie. Irgendwie. Also irgendwie habe ich jetzt hier.